Hey meine Damen und Herren, euer fliegender Geisterkopf wieder da. Heute nutzen wir die Elsa. Elsa ist... Elsa... MG... Da ist sie doch. Die Elsa. C blinkt. Oh Gott. Diesen Teil. E gehört uns. Das ist echt das beschissenste WC, das man sich aussuchen kann. Ich habe den Punkt wieder zurückgenommen, aber ich habe das Gefühl, dass das einfach nur an dem Ding lag. An der NTR. Wie weit steht das Spiel? Geht gut für uns. Steht schon eine Weile. Da habe ich was gesehen. Da ist ein Schmisch. Wer ist da? Ja, okay. Denkt mir der Asphalt hier oben. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich da runter schießen, habe aber gerade irgendwie keine Lust. Vor allen Dingen die LSAT, die gefällt mir nicht so, wie sie ausgerüstet ist. Ehrlich, Ironsides sind besser als gar keinesseits. Also besser gesagt, Ironsides sind besser als das, was da gerade drauf ist. Naja, ich glaube, die Ironsides von der LSAT sind jetzt nicht die schlechtesten. Die Dinger sind eh so gut wie unspotbar. Ist jetzt jemand erlischt oder nicht? Jetzt hier zu. Oh lololol. Von der Super Hornet. Alles hätte auf mich schießen können, aber die Super Hornet muss das natürlich sein. Ich glaube, die Gegner haben irgendwie Luftdominanz oder so. Da ist der Spacken, der da oben sitzt oder was? Macht irgendwie keinen Spaß. Der schießt auch so verdammt gut. Müsste eigentlich hier rumgelaufen sein. Was ist das jetzt ernsthaft? Doch. Ach Wars. Wett. Wett zu sein. Wett. Wett. Wettsten. Wett unterscheiden. Neh, wann kommt an oderdi? Wett, wettet. Wettetste ein. Wett durch die Lautte raus. Geht so aus, als müssten wir uns hier rum bewegen. Und warten bis wir was gespottet bekommen. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, das ist ein Heli, das spüre ich sofort. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Geht so aus, als wären wir uns hier rum. Eigentlich habe ich ja genug money, ne? Wisst ihr es? Ich kann mich aber selbst treiben. Oh, come on. Wie viel Schuss soll ich ihn noch in den rein drücken? Ah, da hat er so einen kleinen Hupi. Die versauern da und keiner schießt sie ab, ey. Er ist doch armselig. Arm und selig zugleich. Arm und selig. Ah ja, aber zum Nachladen. Alter, was hat den jetzt gekillt? Natürlich, rechts von mir war ein Panzer. Ach, da hinten hängt der Gegner. Verschimmeln? Ja, es sind ein paar Schimmelgegner. Keine Ahnung. UMP musste ich glaube ich noch ein bisschen was machen. Oh Gott, die waren für schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Guck, guck, guck um die Ecke. Ich bin tot. Zwingt mich doch nicht die Sniper rauszuholen. Die zwingen mich ernsthaft die Sniper rauszuholen. Okay, wo ist jetzt der Motherfucker? Das ist ein Sniper. Da hängt schon eine ganze Weile hier rum. Wo hängt der? Hängt der da ganz außen? Klingt der zufällig irgendwo hier rum? Oh Gott. Ich habe eine Schimmelgegnerung geschaut. Hm. Der Wegas? Den kenne ich aber. Der hat mich schon mehr als einmal gekillt. Ach Gott, der hat einen Ballistik. Der steht wahrscheinlich ganz oben. Na? Neh, er hat nicht überlebt. Einen Schuss habe ich noch. Na shit. Hätte mich doch gar nicht erwischen dürfen. Down ist er. Aber... Gebt er mich noch auf? Please, 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 please. Fuck. I'll start tank spotting. Over. Ich bin gespottet, da bin ich mir fast sicher. No? No? Ah! 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 Hey! Oh shit, das war eine schlechte Idee. Da war was. Ich hab den Panzer nicht gesehen. Mit X. 10 mit X. Steht auch noch schön der Bewegungsmelder. Gemustert. Ah! Da ist jetzt der Kollege. Und da sitzt auch noch einer. Das heißt, wenn ich mich da hinsetze. Und nach da ziele. Nögel. ich frage ich sitzt der da die ist nicht das problem ich habe keine ahnung wie ich schießen muss um den da oben zu erwischen wahrscheinlich mehr meilenweit oben drüber nee also wirklich so high long distance ist grad nicht so meins ja muss ich viel weiter vorziehen ok der helikopterpilot ist echt gut mit dem zusammen ein komplettes magazin drauf verballert jetzt ja Was ist das? Hey, Wahlversuch wert. Kann die Medi-Map nicht so gut einschätzen, gerade. Die mit ihrer Aswahl, ey. Das ist echt gerade nicht einfach. Wo hängt der rum? Das ist wahrscheinlich Todesfall hier. Ich brauche Ruhe für sowas. Da hat jemand die Sensitivity auf ganz low gestellt. Alter. Das ist mal wieder so ein Team, das sind einfach fahrzeugtechnisch überlegt. Wir bräuchten ein paar gute Jetpiloten, aber bei uns fliegt keiner Jet. Und ganz ehrlich, ich kann auch kein Jet fliegen. Also, Hubschrauber kriege ich vielleicht noch hin, aber... Aber nicht Jet. Ich glaube, ich sollte mal vorrücken und ein Ding aufstellen. Spawn Beacon. Depp undinander gepackt. Ich Spawn. 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 Nein, es ist nichts. Es ist einfach keine Entfernung auf ... der liegt an so einer fucking Stelle. Keine Ahnung, auf welcher Höhe ich geschossen habe. Was? Das war jetzt aber nicht der da auf dem Dach. Nein, es war ein anderer. Ach, scheiß Profis. Es nimmt nicht mehr Level 8. Das war's für mich. Das war's für heute. Warum hat er mich mit der Pistole gekillt? Das sollte der eigentlich niemals hin kriegen. Aber die Volting Mechanics war, glaube ich, in Battlefield 3 und 4 war sie, glaube ich, kaputt, ne? Ja, gut, ich habe auch eine andere Möglichkeit, ne? Das war unterwegs. Kann ich auch. Scheiße, Vekas. Haben sie sich jetzt echt auf die Fahne geschrieben, C zu holen, ne? Können sie uns nicht einfach lassen. Äh, fuck you. Fuck, fuck you. Ich habe das auch mal. Ich habe das auch mal. Ich habe das auch mal. Da hofft keiner. Da hofft keiner. Ich hoffe, ich bin da höher. Ich habe dasления. Weiche die Sniper này! Ja, ich beheber das jhm. Nicola Des tekst. Ich habe den verteidigen. Ich habe's Murphyrare. Ich bin ja nicht ganz oben. Nein, nicht ganz oben. Damit hast du nicht gerichtet, Bitch. Junge, weg dich. Oh Gott, man nur. Ich frage, warum ich hier so blöd rumlaufe. Um nicht getroffen zu werden. Ich spottet einen schnappern, über. Nee. Ich bin nicht von schnappern, ob ich nicht getroffen habe. Was da ja tankspot? Nee. Ich würde mich ja so gerne wieder beleben, aber ich darf nicht. Ja. Die Chim ist ja noch nicht genug durchgeschüttelt. Doch, nicht hin. Doch, du hast verdient zu sterben. Nicht der, der mich getötet hat, sondern der da unten liegt. Mit mir töten. Und da, der Chim ist ja rein. Da oben ist einer unterwegs. Das geht man hier hoch. Ja, kann man. Ja, ganz gemütlich. Damit man leichter abgeschossen werden kann. What the fuck? Mit mir geht's. Ja. 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 Ja, mehr als verteidigen können wir hier nicht, ne? Neee. Nice. Wie viele Kugeln soll ich denn eigentlich noch in die reinballern? Mit der Smaug. Ah, die Dauerbomber der Smaug muss ich jetzt... Das quillt mir jetzt eigentlich gar nicht. Aber gut. Müssen wir jetzt halt auch unnice spielen, ne? Jetzt habe ich nicht da auf der Mini-Map was gesehen. Neee. Neee, nee, nee, nee. Wir sind hier unterbundbar oder was? Wir sind erstens überall. Und zweitens... Ich kann mit der Waffe nicht mehr umgehen. Bist du? Hm? Hostile 18 Soldaten spotted. Wir spotteden Hostile 18 Soldaten in your head. Mit der Waffe nicht mehr. Schau mal ein kleines moleculares. Mh, ich bin wahrscheinlich gespottet. Null war mir das. Ja, kann ich nicht verteidigen. Nicht gegen zwei Panzer. Okay, die Sniper gehen mir langsam auf den Senkel. Was machen wir da? Wir halten sie uns vom Hullis. Ja, hier ist ein guter Sniper unterwegs. Okay, ist auch nicht. Okay, der ist mal zumindest die Emporia weg. Die Sniper sind gespottet. Over. Das ist mir auch. Kann ich nichts machen. Enemy soldier sind gespottet. Over. Das ist ein Profi mit der Aswahl. Ja, der weiß nicht, was er benutzt. Alter. Alter. Fuckin' hell. Wie ist er? Fuckin' Arsch, ist auf dem Dach. So macht man das. Ah, jetzt wird man wieder so stressig hier. Da müssen wir die ganzen Spacken hier los. Oh, man muss einen langen Latschen sehen. Ich mein, wir dürfen sie mal wieder mit. Ah! Moment. Der Typ liegt, glaube ich, auf so einem Totspot. Klar, den Sheriff Yacos. Zyka-Bliad. Zyka-Jet. Da wird wahrscheinlich ein Ding da hängen. Spawn beaken oder so. Ich sag, ich glaube, der wird in Spawn beaken. Ich muss es bloß besser hinschaffen. Der Panzer mich eingeholt. Oh, shit. Ist der Panzer wenigstens so gut wie kaputt? Gut, der Panzer ist kaputt. Der Typ nicht. Der hat eine Schrotze dabei. Okay. Macht mir jetzt aber erstmal wenig. Ich habe einen Schrotz-Sniper. Oh. Ja, ich mache ein bisschen Überblick. Da oben ist ein Bewegungsmelder. Der muss da weg. Okay. Enemy soldier spotted. Hm, ist der rechts? Ne? Ja. Du siehst da was Unsichtbarem. Da muss sich echt konstant einer um den kümmern. Krieg den nicht gespottet. Hau her! Das ist gut, treibend. Ich habe noch einen Refill geholfen. geht mich wieder auf mann 100 service da ist mit dem scheiß ding ok 400 meter dass das ding in der mitte ist für 400 meter gemacht 355 meter die man dann Gut, zumindest weg ist er. Tank A-Goo, bitte. Ja gut, der war echt zu einfach. Wo ist noch jemand da? Ist der Kollege da hinten wieder steckt oder so? Nee, der hat sich mittlerweile einen anderen Spot gelegt. Ja, den hat einer je killt. Nice. Hä? Wer ist er? Oh ja. Oh ja. Oh, der ist schlecht. Da ist ein Kumpel von unten oder was? Nein. Nein, der Raid ist weg. Nein, scheit. Okay, zumindest relativ nah dran muss ich wohl gewesen sein. Aue. Hast du zu schnell geschossen? Zwei nicht gezielt. Ja, da hat sich wieder einer eingeschossen auf mich. Ja, da hat sich wieder einer eingeschossen auf mich. Nein. Da ist keiner mehr. Ja. Boah. Äh. Du bist eine Schütze einzig oder was? Kann mich noch was bewegen sehen? Du frisst das Kanatenfresser. Weißt du was? Was? Äh, Jenny killed? Oh, sieht so aus. Super. Squat spawnen an mich. Hey, wir haben da oben einen. Nice. Weißt du was? Hm, Hedgehog. Oh. Mini noch eine Kommande. Oh. Oh ja. Was? Mit einem 40 A5 auf die Entfernung? Noob Rammer? Ey. So lang es funktioniert. Wir haben gerade andere Probleme. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt will. Ich muss mich wirklich noch um die Typen da außen kümmern, ey. Oh ja. Oh ja. 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 In Battlefield 3 nicht so häufig passiert wie in Battlefield 4. In Battlefield 1. Ah, da haupt doch sicher wieder. Das ist ja Spacko irgendwo. Warte. Ja. Alter Leute, jetzt wird man leider nicht drauf. Geht es nicht! Geht es nicht! von hinten da nicht ja scheißegal was du dabei hast wenn im schuss von hinten schützt dich nicht Da kann es viel machen. Ich muss gucken, ob ich einen besseren Winkel auf ihn bekomme. Der Winkel ist aber auch schon eine halbe Ewigkeit hier. Das ist jetzt keine 400 Meter weg. Ich muss nachladen. 300 Meter, okay. Der hat gerade versucht, mich einzuschießen. Ich muss nachladen. Oh. Ich muss nachladen. Okay, ungefähr 300 Meter. Ich meine, der kann sich die ganze Zeit dahinten spawnen lassen. Aber Rötting wäre ja nicht trotzdem. Lass ihn schon wieder rein spawnen lassen. Ich muss nachladen. das ist in Ordnung der ist da drin da von da ich hoffe ich muss den Panzer dann noch spawnen äh spotten kein Sniper der sich da oben hin wagt daran kann ich mich noch daran erinnern dass es eine ziemlich gute posi war ich habe ein E die 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 Ja, ich habe es in der Nähe, ich habe es in der Nähe. Das ist ein Tajo, oder was? Objektiv neutralized. A hosta attack. Hosta attack spotted. Hosta attack spotted in your area. Get out. Hosta attack spotted over. Hosta attack spotted, over. What was to shoot, ey! Any enemy soldiers spot, over. Hosta attack spotted, over. Yeah, not just such things that like a guy. stehen soll. Richtig was, ja. Ich hasse das. Haben die Entfernungsmesser oder was? Na gut, er hat die Entfernung nach B gewinnt. Ähm, er sieht eher nach Ding aus. Nach Hacker. Ich hasse diese Waffe aus. Das soll ein Headshot gewesen sein. Danke Leiter. Wie wäre es, wenn man so einen Knopf macht? Ja, ich möchte auf die Leiter drauf und man könnte den Knopf mit E belegen. Oh nein. Ich bin mir ganz sicher, dass du aufgehst. Vielleicht hat er jetzt. Dann ziehen wir. Wir lassen uns. Ich benutze die Tür. Wir lassen uns die Erleitung. Er, wir kommen jetzt an den Abflationen! Nein. Ich höre, das Terminiert wird. Ich höre, das Terminiert wird. Ja, ich weiß nicht, was ich noch nicht. Ich hasse diesen Reißen. Das ist schon erwähnt. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Der Kill-Assist-Bonus. Und er hat sich natürlich dahingestellt. Hey, mal gemütlich abschießen. Und dann, hey, da könnte man ja vielleicht mal... Nein, man bleibt nicht stehen. Wo steckt denn hier jetzt schon wieder ein Panzer? Wäre ja auch zu leicht gewesen. Muss ich jetzt wirklich... Was? Was hat er? Was? 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 Schade. Na gut, hier rum geht es jetzt gerade noch nicht. Bitte. Och komm. Nicht jetzt. Bin ich mir dabei irgendwas gesprungen, wo ich nicht drüber springen dürfte, oder was? Alter. Vielleicht echt keine gute Waffe für so, für solche Fälle. Oh, jetzt muss ich mich zählen. Mit Mogiko in it. Ja, ich spottet einen, oder? 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 Ich spottet einen, oder? Must not sniper spottet. Hier ist your arm. Hier killt mich doch echt jeder. Ist für mich der einzige, für den der Suppression-Effekt gilt, oder was? Und die anderen haben den Net. Eine Kalashnikov. Aggressiv Recon. Der hat einen Schalldämpfer, oder? Der wurde nicht gespottet. Der hat einen Schalldämpfer. Der ist ein Schalldämpfer. Sie werden nicht verletzt. Die Schalldämpfer werden nicht verletzt. Die Schalldämpfer werden nicht verletzt. was von meiner Fresse haben. Wo kam jetzt schon wieder der Abrahams her? Und warum kümmert sich da keiner drum? Ich hab so das Gefühl, ey, da ist ein Panzer. Erstmal ignorieren. Vielleicht auch keine schlechte Seite zu kämpfen. Wäähähähähä! Natürlich hängt da noch einer mit der schallgedämpften M416, den keiner gespottet hat. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendjemand den Chat liest oder so. Wo zur Hölle habe ich hier einen Enemysniper gesehen? Ich glaube, ich lauf direkt in Trouble rein. Wow. Ja. Trouble. Das mache ich zwar auch selten, aber gut. Halt im Schuss. Den Panzer kann ich jetzt natürlich nicht sein. Ich will ihn natürlich verraten, ne? Ach, der kann echt einen auftauchen, ne? Ja. 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 Ich habe einen Sniper spottet, über! Hostile, Sniper spottet, über! Ich habe einen Sniper spottet, über! Sniper spottet, über! Au! Der Haltungserfekt oder so? Der Haltungserfekt, über! Der Haltungserfekt, über! Der Haltungserfekt, über! ja das war jemand klar also ein team unterstützt mich aber auch echt gar nicht oder so ist die hälfte davon afk oder sowas die müssen ja wenn schon okay sie haben was ich tun okay sie laufen vor und sterben laufen vor und sterben laufen vor und sterben laufen vor und sterben ja da wieder einer das ist nicht mehr auf mich spielen oder was ok das ist gut Fuck. Einen Schuss hätte ich noch gebraucht. Er hätte es sofort treffen müssen. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Krass. Kriegt er seine Squats bei uns? Let's go, let's go, let's go. Okay, let's go, let's go, let's go. Warte, 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 was soll denn das? Okay, das sitzt auf der anderen Seite. Mal mit dem Schalldämpfer auf die Entfernung. Das klaue ich im Leben nicht. Okay. 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 Ist das jetzt langsam oder so? Oder? Ja, ich hab ein bisschen deckung. Ah, der hat ja oben geklegen. Ja, auf dem Dach. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. äh ich drück gar kein shift mehr ich drück kein shift mehr oh scheiß bildpunktdaten der kcf in rayback wo bist du 51 8 125 23 muss 100 prozent ein tanker sein monetär kriegt man so ein schick nicht hin ich kann ja wenigstens auf das messer greifen und um das speed speed gewinnen alle gestorben ich könnte wetten dass die da hinten in der ecke hängen hängen immer in den ecken hängen immer in den ecken ok das war jetzt einfach zu leicht ja war wahrscheinlich ein squad ne Geschwören, ich hab da was gesehen. Haben wir jetzt tatsächlich mal die ganze... Wir haben jetzt tatsächlich gekriegt, so spontan jetzt noch die ganze Map aufzunehmen. Entschuldigung. Ach komm. Du huckst auf C, mein Junge. Ja. Wolltest du mich messern oder was? Nee, ist nicht. Ganz einfach ist nicht. Das heißt, sie müssten jetzt... Bevor wir sie runtergetickt haben, müssten sie jetzt noch... 40 Leute... Nee, 55 Leute killen. Und das hört sich eigentlich sehr sportlich an. Muss ich eben eher mal an. Ja. Der hat ein fucking Bewegungswander streng ist. Das heißt... Endlich sind sie ja nur nicht, wenn sie... gerade liegen oder so. Okay, das haben wir gewonnen. Das war knapp. Ich hab mich noch nach oben gearbeitet, aber irgendwie... Alter, das Gegnerteam war richtig hartmann. Old Hartmann vom Himmel. Vollhartsniper. Multiplier. Multiplier. Ja, mit der UMP hab ich ein, zwei Leute gekillt und das geil, aber... Nee. Das war anstrengend. Das war aber nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tippico, gemeintas tables bei Seg sexy... Ja, waren ja eben... Hm. Ich apple den. Sie sind keine Vereine.